Die Kira handelt es sich bei allen Opfern um Kriminelle oder um Personen, die einer Straftat verdächtigt werden. Kira ist einfach fantastisch. Weißt du, Kira ist eigentlich nur ein Mörder. Mein Instinkt sagt mir, dass wir es mit einem Serienkiller zu tun haben. Weißt du, wenn ich solche Macht hätte, würde ich wahrscheinlich genau das gleiche tun. Ich würde ihn nicht als einen Gott bezeichnen. Das ist mehr Arroganz als Gerechtigkeit. Ich kann nicht akzeptieren, Kriminelle auf diese Art zu töten. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin L. Die Welt spürt, dass jemand da ist, der gerechte Urteile vollstreckt. Dieser jemand bin ich. Kira. Was wir bisher wissen, ist, dass Kira die Namen und die Gesichter der Person braucht, die er umbringen will. Es ist möglich, dass jeder Einzelne von uns hier zum Ziel wird. BAM! BAM! Mit dem Death Note in meinem Besitz kann ich eine vollkommene Welt schaffen. Ah, sehr heldenhaft. Woher weiß ich, dass Sie wirklich Kira sind? Wenn dir etwas zustoßen würde, Light, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Lassen Sie uns diesen Sieg gemeinsam erringen. Ryosaki, das ist kein Spiel. Aber am Ende läuft es aufs Gleiche hinaus. Hey, Dad. Ich will nur, dass du weißt, wenn dir irgendwas zustößt, werde ich sicherstellen, dass die Sakira für seine Verbrechen mit dem Leben bezahlen wird.